Ja! Ich kann dir keinen Thron schenken, aber ein riesiges Handelsnetz liegt in meiner Macht. Ich würde niemandem sonst meinen Handel anvertrauen, alter Mann. Du lässt zu, dass er dich so nennt? Ich habe schlimmere Namen für ihn. Barret, mein König, ich schulde dir noch ein Horn El. Okay. Verpasst das Fest mal nicht. Ich werde in Kürze dort sein. Äh, äh. Barret, mächtiger König. Ive, dies ist mein Vetter Eivor. Zeig ihm den Bogen, den ich für ihn in Auftrag gab. Der ist für mich? Wie schön er gefertigt ist. Mein bestes Werk. Probiere ihn aus. Triff die Ziele, bevor der Sand durchgelaufen ist. Schaffst du sie alle? Ich will nur sehen, wie er in der Hand liegt. Aber sicher. Sieh meine Pfeile fliegen. Das werde ich. Und los. Okay. Ah. Hallo. Mein Gott. Grüße, Angmar. Interessant. Ich denke nicht, dass das falsch synchronisiert ist, ich denke einfach nur, ähm, das ist einfach nur so, dass das einfach nur erstmal so am Anfang ist, denke ich, dass er sie einfach so nennt, weil er sich checkt, dass es eine Frau ist. Ich denke nicht, dass meine Frau dich nicht begrüßen können. Sie sind gerade auf Reise in die Berge. Die Wasser dort stärken die Gesundheit meiner Mutter. Ich blieb zurück, meinen missratenen Sohn zu züchtigen. Und ein Festmahl zu geben. Das bereits im Gange sein sollte. Hey, Barrett, sei gegrüßt! Da sind wir. Geh nur, vergnüge dich. Ich muss mit meinem Sohn sprechen. Komm zu uns, bevor der Abend endet. Hallo, amüsierst du dich? Ein großer Spaß und ein triftiger Grund, unseren zukünftigen König Sichfried zu feiern. Ich bin neugierig. Wie hat sich Barrett als König bisher geschlagen? Oh, ganz wunderbar. Er veranstaltet gern Festmale und lädt auch uns einfache Leute ein. Also vielleicht eher Gastgeber als König, aber er ist ein guter Mann. Und die Stadt war nie geschäftiger. Genieße das Festmahl, mein Freund. Du ebenso. Ich war mir nicht sicher, ob ich dich hier sehen würde. Warum das? Ich dachte, du würdest lieber deine Waren zählen, als gehölende Wikinger zu beobachten. Und du? Würdest du lieber Zeit mit dieser Tratschtante verbringen? Ich begrüße auf Festen gern alle. Es mangelt hier nicht an Erbaulichem. Vergnüge dich nur. Ja. Was erwartest du, Vater? Was ist deine Frau? Siegfried! Mein Sohn hat sich wie der nächste König zu verhalten und sich nicht im Dreck zu suhlen! Ach, also nimmt Flan dich zum furzenden Possenreißer? Denk mit deinem Kopf, nicht mit deinem Arsch! Flan kann meinen Thron sichern, der eines Tages dein sein wird! Das macht dich zum Arsch! Genug! Eivor! Mein Sohn, Siegfried. Entschuldige mich, ich muss den Kopf frei bekommen. Sprichst du bitte mal mit dem Jungen? Nur Gewürm verlacht den Vater unter seinem Dach. Klar! Weil gerade angekommene Verwandte mir zu sagen haben, wie ich in meinem Haus spreche. Im Nordwege legst du bereits auf den Boden. Dann komm doch! Wenn du Ehre im Leib hast. Wie du willst, Kleiner. Du wirst mich einen Treffer landen. Ganz schön große Fresse, der Junge. Ganz schön große Fresse, nix dahinter, hä? Was ist da los? Was? 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 Ich sollte dir wohl danken, dass du mich nicht blutig geschlagen hast. Ich bin nicht hier, um mit dir zu streiten, Siegfried. Vater spricht so lobend von dir. Ich wollte sehen, ob du den Geschichten gerecht wirst. Tja, wer wird das schon? Bist du mit der Herrschaft deines Vaters unzufrieden? Er hat, was ein guter König braucht, aber stattdessen gibt er lieber den schmierigen Händler. Ein Besuch in Nordwege könnte einem jungen Dränger Gutes tun. Ich hätte nichts lieber, als mit Vater zu gehen. Vielleicht würde die Heimat seinen Kampfgeist entzünden und Tiflen einen starken König schenken. Ich habe deinen Vater verloren. Weißt du, wo er sein könnte? Er wollte den Kopf frei bekommen. Das heißt, er besucht Großvaters Grab. Er spricht fast jeden Tag mit ihm. Baröd kann mit den Toten reden? Nein, seine Gespräche sind einseitig. Das Grab ist oben auf dem Hügel. Ich finde ihn schon. Danke, Schickfried. Ist schon mal ein Aussichtspunkt. Das ist schon mal vorteilhaft. Den gönnen wir uns fix mal. Ein Opal. Das ist auch schon mal schön. Opale sind immer toll. So. Guck mal uns Tiflen mal von einem Aufsichtspunkt genauer an. Ihr Schweinchen. Das ist ein Wikinger, der ein Gotteshaus hinbaut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Vielleicht mussten die das damals einfach machen. So. Gucken wir es uns mal an, ne? Schöne Gegend auf jeden Fall. Das ist ein Wikinger, das ist ein Wikinger. hoppala ho hi ha ho da oben hm 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 Einwögel. Was sind die Adrenalin-Pilze? Hm. Ein König muss immer auf der Hut sein. Wenn ich bedrückt oder unsicher bin, komme ich hierher, zum Geist meines Vaters. Ich habe nicht mal nach ihm gefragt. Irgendwie wusste ich das. Vor einigen Jahren. Es war ihm bestimmt, im Kampf zu sterben und so geschah es. Nun sitzt er an Odins Seite. Meine Familie schuldet deiner so einiges. Der Winter, als deine Familie kam, um bei uns zu leben. Ich erinnere mich an deine Geburt, mit dem Schrei eines Kriegers. Das Seuchenjahr. Niemand nahm uns auf. Nur deine Eltern. Ich verdanke deiner Familie mein Leben. Und welch Leben wir hatten. Ich habe teure Erinnerungen daran, wie du dich zur Jagd hinausschlichst. Mitten in der Nacht. Sterne am Himmel, Mondlicht auf Schnee. Und so bekam ich die Narbe. Das tut mir leid. Was ist mit der auf deiner Wange? Die? Eine Warnung der Götter auf meiner Eitelkeit. Komm, wenn wir alle unsere Geschichten erzählen, sind wir eine Woche hier. Siehst du etwas? Nur in meiner wilden Vorstellung. Doch, gehen wir trotzdem. Nicht ablenken lassen. Seltsam, wie ein kleines Geräusch ein Mann so aufwühlen kann. Okay. Was war das? Was war das? Haben wir je eins gefangen? Ich erinnere mich da an was. Oh mein Gott. Ergib dich uns. Was? Zurück! Ergreift ihn. Fächelt ihm die Hände. Wer sind diese Männer? Du verfluchter Bastard! Aua! Aua! Alter! Dieser Hund! Der macht ein Damage! Wer waren die? Ich bestieg den Thron nicht unangefochten. Thorstein, der Sohn des vorherigen Königs, trägt es mir nach. Davon hattest du nichts erzählt. Du bist zu Gast. Es ist unschicklich, dich mit nichtigen Sorgen zu belasten. Nichtige Sorgen. Jetzt weiß ich, warum du den Abend über so angespannt warst. Ja. Es beunruhigt mich schon. So verwegen war er noch nie. Hält er dich für einen Thronräuber? Möglich. Aber er scheint ihn gar nicht hart. Er ist zufrieden mit seiner Schlägerbande zu schmuggeln und zu stehen. Nur kleine Wikinger-Raubzüge. Aber sie lassen mich in Pflans Augen in schlechtem Licht erscheinen. Interessant. Schärfe deinen Blick. Heute Nacht sind Räuber unterwegs. Verlass dich auf mich, mein König. Was? Ihr wisst doch, dass ich Feiern immer zuletzt verlasse. Was ist geschehen? Wir wurden von Thorsteins Männern überfallen. Widersacher, von denen ich nichts wusste. Kaum überraschend, dass König Flan dich nicht willkommen heißt. Du beherrschst nicht einmal die Wikinger in deiner eigenen Stadt. Thorstein lässt mich noch nichtsnutziger aussehen, als ich es eh schon tue. Ich verstehe. Es ist die Ungnade des Hochkönigs, die das beschämt macht. Ich werde mich um Thorstein kümmern, Vetter. Nein. Ich will dich nicht in diese elende Geschichte hineinziehen. Vielleicht zieht er sich für Silber zurück. Ja, vielleicht für eine Woche oder zwei. Dann kommt er wieder und wieder. Ich kann diesen Schandfleck ein für alle Mal loswerden. Avor, dies ist nicht dein Kampf. Bei allen und jedem deiner Götter, Barit. Lass Avor dir helfen. Ab diesem Augenblick gehört mein Arm dir. Was auch nötig ist, dass Flan dir zulächelt, werde ich tun. Avor, ich war noch nie so glücklich. Deine Familie rettete vor langen Jahren die meine. Eine passende Antwort wäre es, deinen Thron zu sichern. Ich fange mit Thorstein an. Es könnte sein, dass Sirfrit etwas weiß. Er war einmal Teil von Thorsteins Bande. Leider wahr. Suche ihn morgen auf dem Marktplatz auf. Nach einer durchzechten Nacht erholt er sich meistens dort. Wir werden bei Sonnenaufgang beginnen, ein Band mit Hochkönig Flan zu knüpfen. Mitfüllen. Dann rufen auf.